Sie lassen sich überhaupt nicht irritieren. Rund um Helstdach. Oh, Sie wurden belohnt mit einem Moment. Poffi auch. Jimmy, eben der grosse Wur. Dann kommt Technik, Daylight. Toll. Juhlchen macht auch noch eine Runde. Zuerst kontrollieren. Ja, was ist die Rechte? Gibt es noch Belohnung? Maxi Arundo, retour auf Ihres Plätzli. Bravo, bravo. Jetzt sind die Beine aufs Podest. So herzlich. Sie sagen, das ist die Liebe. Und sie sehen, wie ich heute das gerne mache. Kopfarbeit ist das Wichtigste. Nämlich vielen, vielen langen Spaziergang.